Frederik, was macht die da, die Josie? Was macht die da? Ja, fein. Super, ganz toll. Oh, wie siehst du aus? Du bist ein dreckiger kleiner Bär. Nein, nein. Hat einer aber deinen Kopf. Du siehst du aus. Du toller, du toller. Oh, jetzt wird er gefesselt. Okay. Wenn du so weitermachst, kommt die Leine ab. Jetzt weiß ich, wie man so dreckig werden kann. Ja, das ist ja ein Ding. So. Mach das nicht. Das muss ich nachher wieder sauber machen. So ein Unsinn macht. Der gefällt dir, gell? Der ist auch total toll. Ciao. Kuckuck. Das geht, hm? Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.